Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. In unserem Verein wird ja aktuell sehr viel umgekrempelt, wenn nicht sogar alles. Und heute ist eben auch dann klar, dass viele Entscheidungen nur noch offiziell gemacht worden sind, was eben dann die Personalveränderungen im Profiteam und natürlich auch generell dann im Staff- und Trainerteam so anbelangt. Dort reden wir heute vor allem auch nochmal über Mike Büskens, ob er tatsächlich eine neue Rolle bekommt oder nicht. Und auch über Simon Henzer, unbedingt durch sein Ende, könnte es jetzt auch im Nachhinein nochmal etwas Ärger geben. Wir schauen aber auch auf Yusuf Kabadai, denn dort gab es eine interessante Aussage von Mike Büskens, die so ein bisschen vermuten lässt, dass Schalke ihn möglicherweise kaufen wird. Und dann gibt es nochmal spannende Aussagen, sowohl vom Forscher als auch von Ben Manga selber, wie viel Zeit denn unser neuer Kaderplaner braucht, um eben auch dann Schalkes mittelfristiges Ziel, den Aufstieg mit einer verletzten Mannschaft hinbekommen zu können. Das sind also heute unsere Themen. Wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Legen wir direkt mal los mit dem, was ja dann auch gestern offiziell gemacht worden ist und das sind die personellen Veränderungen und auch eine neue Struktur im Profi-Leistungszentrum. Es hat sich ja in den vergangenen Tagen schon angedeutet, dass Schalke sehr viele Personalentscheidungen getroffen hat und sehr viel verändern möchte. Das hat er damit begonnen, dass am Montagmorgen es noch ein Frühstück gegeben hat zum Abschied eben dann der Mannschaft, des Trainerteams, des gesamten Staffs und dort eben auch Gespräche geführt worden. Es ist ja kurz und knapp so, dass Schalke sich in allen Bereichen verändert, also sowohl im Trainerteam, bei den Physios, bei den Analysten, bei den Fitnesstrainern und so weiter und so fort. Und da ist natürlich jetzt schon einiges passiert. Und interessant ist, dass er eben diese Analyse, was eben auf Schalke falsch läuft und was nicht schon seit mehreren Monaten gelaufen ist, seitdem eigentlich Matthias Tillmann da ist und diese mehrmonitige Analyse dieser enttäuschenden Saison ist eben abgeschlossen. Deswegen hat sich der Forscher und die sportliche Leitung von Schalke dazu entschieden, grundlegende Veränderungen im Profi-Leistungszentrum vorzunehmen. Und genau das wurde eben jetzt auch den Mitarbeitern aus Trainerteam und Staff mitgeteilt, dass sie eben dann in der kommenden Saison nicht mehr Teil vom Profi-Leistungszentrum sind. Und diese Entscheidungen, die eben auch jetzt getroffen worden sind, sind eben Teil von Schalkes Neuausrichtung des Gesamtbereichs Fußball. Und genau dieser Plan ist ja seit dem Jahresbeginn bedingt durch Matthias Tillmann auch verfolgt worden. Um unsere langfristigen Ziele, insbesondere die Rückkehr in die Bundesliga zu erreichen, brauchen wir tiefgreifende Veränderungen, um notwendige Impulse setzen zu können. Davon sind wir überzeugt. In der sportlichen Leitung haben wir das zum Beispiel mit der Verpflichtung von Memanga getan. Nun setzen wir diesen Weg auf den weiteren Ebenen des Lizenzbereichs fort, hat Matthias Tillmann, unser Vorstandsvorsitzender, erklärt. Und da sind eben auch dann, und das hat Schalke selber auch so beschrieben, Teil des Weges konzeptionelle und auch personelle Neuerungen, die in den vergangenen Tagen auch den betroffenen Mitarbeitern in Gesprächen erläutert wurden. Denn neben dem Trainerstab sind auch in den Bereichen Spielanalyse, Athletik und Physiotherapie Veränderungen angestoßen worden. Es gab ja auch dort gestern bereits hier auf Schalke-Insel auch die Namen, die dort gehandelt worden sind. Denn öffentlich wurde Schalke eben dort nicht, was die Namen anbelangt. Denn aus Respekt vor den betroffenen Mitarbeitern und auch im Sinne des Arbeitsrechts wird unser Verein sich vorerst nicht zu einzelnen Personalien äußern, was eben dann zum Beispiel Physiotherapeuten oder auch Spielerleisten anbelangt. Also da wird es eben keine offiziellen Namen geben. Die Ausnahmen sind eben dann Simon Henssler und Mike Büsgens mit ihren auslaufenden Verträgen. Und hier ist eben auch jetzt klar, dass auch Mike Büsgens gehen muss. Die ganze Geschichte war ja eigentlich schon vorher klar geworden. Durch seine Aussage ist aber jetzt auch nochmal offiziell von Schalke bestätigt, dass eben Büsgens in der kommenden Saison nicht mehr Co-Trainer der Profimannschaft sein wird. Bujo hat über viele Jahre als Spieler und Trainer, selbst als Coach der Aufstiegsmannschaft 2022, große Erfolge mit SW4 gefeiert. Hat Talente auf ihrem Weg zu den Profis erfolgreich begleitet. Wir sind ihm sehr dankbar für seine geleistete Arbeit in den unterschiedlichen Rollen, hat Matthias Tillmann hier auch nochmal erklärt. Und das war ja auch zuvor schon klar geworden, auch im Mitgliederbrief unter anderem, dass es ja zwischen Schalke oder besser gesagt zwischen Matthias Tillmann und Mike Büsgens ein Gespräch gegeben hat am Montag, wo jemand noch darüber gesprochen wurde, dass eben Mike Büsgens nicht mehr Co-Trainer sein wird bei der Profimannschaft. Aber es laut Schalke auch noch nicht abgeschlossen war, dass er möglicherweise einen anderen Job übernimmt. Laut der Watz ist aber auch klar, dass auch wenn Mike Büsgens Schalke extrem liebt, es nicht ganz so einfach ist, ihn einfach mal so in der knappen Schmiede unterzubringen. Denn, und das hat er ja immer wieder betont, diesen Co-Trainer-Job, den er jetzt innehatte, ohne Ambitionen, Cheftrainer zu werden, sich vor allem auch um die jungen Spieler zu kümmern, das hat ihn sehr, sehr glücklich gemacht. Das war genau den Job, den er jetzt auch gerne bis zum Karriereende gehabt hätte. Und mit der Art und Weise der Verkündung war er, und das haben wir auch alle mitbekommen, offenkundig alles andere als zufrieden. Also, dass wir dann Mike Büsgens einfach mal so jetzt irgendwo im Profi oder im Nachwuchsbereich sehen, im Übergangsbereich zu den Profis, sollte man auf jeden Fall erstmal nicht erwarten. Und deswegen kann man auf jeden Fall erstmal davon ausgehen, dass Mike Büsgens zumindest vorerst Schalke verlassen wird und dann vielleicht ein bisschen Ruhe einkehren sollte. Denn generell war es für Matthias Timmer noch einfach wichtig, dass man diese Änderungen vornimmt, bedingt durch den Blick eben auch auf die Ergebnisse der Fehleranalyse. Es geht dabei nicht um Einzelentscheidungen, sondern um das große Ganze im Sinne des Vereins. Das sind keine einfachen Entscheidungen, Gespräche, vor allem für die betroffenen Mitarbeiter. Schalke wird sich dann in Zukunft dazu äußern, wie eben sich jetzt der Trainer- und Betreuerstab verändern wird. Aber so viel ist jetzt auf jeden Fall dann auch schon mal offiziell geworden. Und offiziell ist ja wie angerissen auch das Ende von unserem Torwarttrainer geworden, Simon Henssler, der seit neun Jahren bei uns auf Schalke war. Er ist ja damals mit André Breitenreiter 2015 vom SC Paderborn zu Schalke gewechselt, war dann sechs Jahre ununterbrochen Torwarttrainer, wurde ja unter Dimitros Kramotzes sozusagen abgesägt, ist aber dann nach dessen Entlassung unter Mike Büsgens wiedergekommen und war ihm auch dann Torwarttrainer bei Frank Kramer, Thomas Reis und Karel Gerrerts. Und insgesamt war also Henssler neun Jahre bei uns auf Schalke Torwarttrainer. Und da hat man sich ja schon jetzt so ein bisschen gewundert, dass das tatsächlich jetzt auch so gekommen ist, dass er eben keinen neuen Vertrag erhält. Matthias Tillmann hatte dazu kurz und knapp Folgendes gesagt. Zunächst möchte ich mich stellvertretend bei Simon Henssler für seine geleistete Arbeit bedanken. Er war lange Teil des Torwartteams und hat viele spielige Phasen der jüngeren Vergangenheit mitbegleitet. Und ja, das hat Simon Henssler auf jeden Fall. Er ist gekommen, als wir jedes Jahr Champions League oder Europa League gespielt haben. Er wurde mit Schalke als Torwarttrainer Vizemeister. Er ist aber auch mit Schalke abgestiegen, wieder aufgestiegen, wieder abgestiegen. Also auch Simon Henssler hat wirklich unglaublich viel auf Schalke erlebt. Und da gab es ja noch die Berichte, auch in der Vergangenheit immer wieder, dass Borussia Mönchengladbach ihn gerne als Torwarttrainer haben würde. Und weil sein Vertrag ausläuft, beschäftigt man sich logischerweise auch damit. Aber Henssler hat auch immer wieder betont, sein Herz hängt schon mittlerweile nach neun Jahren an Schalke. Karel Gerratz wiederum hat er dann nach dem Spiel gegen Fürth gesagt, dass er auf jeden Fall die Qualitäten von Henssler zu schätzen weiß und auch eben mit ihm weitermachen würde. Und deswegen gab es auch jetzt laut der Bild-Zeitung krachende Meinungsverschiedenheiten und auch blöses Blut. Denn es ist eben so, dass hier wohl verschiedene Parteien bei Simon Henssler mitbesprochen haben und eben auch verschiedene Meinungen hatten. Denn laut der Bild-Zeitung wollten eben Karel Gerratz und Marc Wilmotz unseren langjährigen Torwarttrainer behalten. Das wiederum würde auf jeden Fall auch dann zur Karel Gerratz-Aussage passen, die finde ich auch dann im Zusammenhang etwas komisch gewirkt hat, weil man natürlich auch gedacht hat, okay, Karel Gerratz ist natürlich auch dann so ein bisschen mit hauptverantwortlich dafür, wie vielleicht auch sein Trainerteam aussehen soll. Und er hat ja vor allem auch gesagt, dass er Simon Henssler eigentlich gerne weit an seiner Seite hätte. Und deswegen hat es mich schon gewundert, dass dann einen Tag später die Meldung kam, Simon Henssler muss Schalke verlassen. Aber Matthias Tillmann als Vorstandsboss hat eben dann Marc Wilmotz und Karel Gerratz überstimmt oder halt dann eben seine Meinung durchbekommen. Denn Matthias Tillmann wollte eben hier Veränderungen vornehmen. Was natürlich dann wiederum etwas typisch ist bei der Bild-Zeitung. Es gibt jetzt nicht leider eine Erläuterung, warum Matthias Tillmann das dann zum Beispiel anders gesehen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Henssler zum Beispiel auch noch einen relativ gut dotierten Vertrag hat für einen Torwarttrainer, weil er eben schon so lange bei uns ist und schon zu anderen Zeiten bei uns war. Ist zumindest von mir jetzt eine reine Spekulation, aber ich finde es auch immer ganz wichtig, dann auch mal die andere Seite zu beleuchten, warum vielleicht die Entscheidung so und so gefallen ist. Plus man eben auch dann vielleicht hier einfach auch da ganz einfach gesagt nochmal neue Impulse setzen wollte. Aber ähnlich wie bei Mike Büskens stört mich dann hier nichtmals grundsätzlich diese Entscheidung als solche, sondern schon irgendwo auch die Art und Weise, wenn denn zumindest dieser Medienbericht stimmt. Denn pikant ist eben an der ganzen Geschichte, dass Henssler in der vergangenen Woche mutmaßlich von Wilmotz noch eine Verlängerung signalisiert worden ist. Und deswegen hat Henssler auch selber die Wechselgespräche mit Gladbach abgebrochen. Und als er eben dann am Montag von seinem Schalke aus erfuhren hat, soll er eben auch dann in Tränen ausgebrochen sein. Das ist eben dann der Bericht der Bild-Zeitung, was natürlich dann schon auch irgendwo krass ist, wenn man das dann eben auch so hört und wodurch es eben dann noch sozusagen nochmal Ärger gegeben hat und vielleicht auch jetzt nochmal Ärger geben wird, was einfach die öffentliche Wahrnehmung anbelangt. Denn natürlich ist es auch einfach so, dass solche Entscheidungen vollkommen legitim sind, erst recht bei auslaufenden Verträgen. Aber ähnlich wie auch dann bei Mike Büskens, wo du noch auf der einen Seite hörst, er hätte sich gewünscht, vernünftig verabschiedet zu werden. Die Entscheidung stand vielleicht schon länger fest. Und auf der anderen Seite dann, ja nee, so richtig fix war das alles noch nicht. Finde ich, geht es eben auch dann immer wieder, erst recht bei solchen Akteuren, die schon lange auf Schalke sind, um die Art und Weise. Also noch einmal, dass Schalke und dass Ben Manga, Matthias Timmer und viel verändern, finde ich persönlich gut und wir brauchen diesen konsequenten Umbruch und doch nicht jeder braucht irgendwie Applaus zum Abschied. Weil dafür ist auch eben in den vergangenen anderthalb, zwei Jahren auch jetzt viel zu viel schief gelaufen. Aber es geht eben schon darum, auch dann teilweise respektvoll, finde ich auf jeden Fall, da mit solchen langjährigen Mitarbeitern umzugehen. Und dann gehört es sich eben nicht, finde ich auf jeden Fall, auf der einen Seite zu sagen, ja wir wollen mit dir verlängern und dann bricht Henssler seine Gespräche mit Gladbach ab und auf der anderen Seite gibt es dann eine Woche später die Meldung, nee, wir bleiben doch nicht mit dabei und wir wollen doch nicht deinen Vertrag verlängern. Also das, finde ich, ist auf jeden Fall dann durchaus auch mal kritisch zu betrachten. Ich finde, das darf auch erlaubt sein, diese Art und Weise zu kritisieren grundsätzlich. Und dabei bleibe ich auf jeden Fall, ist es aber gut, dass Schalke diesen Umbruch so konsequent durchzieht. Blicken wir dann auch mal wieder auf Spielerthemen und besser gesagt auf Yusuf Kabadai. Denn dort gab es ja gestern oder besser gesagt in den vergangenen zwei Tagen interessante Meldungen über die sozialen Netzwerke, besser gesagt bei Instagram. Denn dort hatte ja Mike Böskens schon relativ zeitnah oder auch vor der offiziellen Bestätigung von Schalke klargemacht, dass er eben nicht Teil des Trainerteams bleiben wird. Und da gab es ja dann mehrere Spieler auch von Schalke, die bekannt gemacht haben, dass ihm das wehtut und dass er es nicht so gut findet, wie zum Beispiel Keke Top, der geschrieben hat, danke für alles, eine wahre Legende. Und wo dann Mike Böskens auch drauf geantwortet hat. Und einer davon war eben auch Yusuf Kabadai. Und der hat geschrieben, danke für alles. Und da ist ja immer noch so ein bisschen die Frage, wie geht es mit Yusuf Kabadai weiter? Generell erwarte ich auch hier von Schalke in den kommenden Tagen eine offizielle Meldung. Denn es ist ja so, dass bereits sieben Spieler verabschiedet worden sind von Schalke. Fünf weiteren wurde wohl mitgeteilt, dass sie ganz klar keine Rolle mehr spielen. Mit eben Drexler, Baumgartel plus Tempelmann, Matriciani und Mohr. Und dann haben wir ja noch drei Spieler aktuell ausgeliehen. Mit eben Kabadai, Cholinov und Sopi, wo es noch keine offizielle Meldung zu gab. Auch bei Sopi nicht. Also auch wenn vielleicht viele immer schon denken, das ist schon ganz klar offiziell. Da fehlt eben immer noch diese offizielle Bestätigung, dass Schalke ihn nicht kaufen wird. Weil grundsätzlich gibt es ja, glaube ich, sogar eine Kaufoption, die aber auch viel zu hoch ist, wenn es eine geben sollte. Und klar ist aber auch, dass Sopi ja nicht bleiben wird. Und auch bei Darko Cholinov sieht es ja sehr, sehr stark nach einem Abschied aus. Aber es ist eben noch nicht offiziell. Und dort, könnte ich mir vorstellen, liegt es eben auch daran, dass man erstmal warten will aktuell, ob man denn jetzt Kabadai kauft oder nicht. Wobei es auch dort von Mike Büsgens wiederum eine sehr spannende Antwort gab, die dann auch verschieden zu deuten ist. Und damit könnte man natürlich schon mal dann die Vermutung aufstellen, die Behauptung aufstellen, dass Mike Büsgens hier verraten hat, dass Yusuf Kabadai ein weiteres Jahr auf Schalke spielt. Vielleicht ist da auch gar nichts dran und Mike Büsgens Wunsch wäre es einfach nur, dass Kabadai bleibt oder weil einfach nur die Möglichkeit besteht, dass er bleibt. Aber die Kaufoption hat der Schalke bislang eigentlich noch nicht gezogen. Diese soll ja wohl circa bei 800.000 Euro liegen. Für mich ist das immer noch ein sehr, sehr gutes Diskussionsthema. Sollte man Kabadai kaufen, ja oder nein? Deswegen für mich gibt es bei dieser Summe Argumente auch wirklich ganz klar für beide Seiten. Also ich persönlich wäre der Meinung, dass das Geld schon sehr, sehr viel ist für Yusuf Kabadai. Auf der anderen Seite wollen wir doch logischerweise auch solche Spiele entwickeln und es kann natürlich erst rechten Vorteil sein, wenn du jemanden hast, der schon ein Jahr da ist und den Verein bereits kennt. Aber es ist eben auch wirklich sehr, sehr viel Geld. Deswegen wäre mein Wunschszenario immer noch, was ich auch durchaus gar nicht mal so unrealistisch finde, dass Kabadai seinen 2025 Auslauf im Vertrag bei den Bayern nochmal verlängert, dann nochmal verliehen wird zu uns und die Kaufoption entweder so bleibt oder sogar nochmal einen Tag niedriger wird. Das wäre natürlich dann so ein bisschen das Wunschszenario von mir auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall dann auch echt gut finden würde. Also Mike Büskenz hat auf jeden Fall hier schon mal eine klare Andeutung gemacht, dass auf jeden Fall Yusuf Kabadai im nächsten Jahr auf Schalke zeigen soll, dass er mit seiner Einschätzung über Kabadai richtig gelegen hat. Vielleicht oder das eben auf jeden Fall schon mal darauf hin, dass unsere Nummer 17 bei uns bleiben wird. Ben Manga ist natürlich auch jemand, der aktuell bei Schalke eine sehr zentrale Rolle einnimmt in diesem XXL-Kaderumbau. Und da ist natürlich auch die spannende Frage, wie viel Zeit braucht denn eigentlich unser neuer Kaderplaner, bis man eben auch dann Schalke zielt und das ist ja mittelfristig weiter in den Aufstieg erreicht werden kann. Und da ist ja spannend, dass Ben Manga vor einer guten Woche ungefähr bei BILD so ein großes, ja erstes Interview gegeben hat, wo es um sehr viele verschiedene Themen gegangen ist. Und da war eben auch eine Frage, was denn seine Vision mit Schalke ist. Aber natürlich wollte die BILD auch eine konkrete Zielsetzung von Ben Manga haben und hat eben gefragt, dass die erste Liga auch schon dabei rausspringen soll. Und dazu hat Manga kurz und knapp Folgendes gesagt. Dafür bin ich hier. Das ist unser Ziel für die kommenden Jahre. Denn unser Forschung hat ja auch schon klar gemacht, auch bezüglich oder im Rahmen dieser Verpflichtung von Ben Manga, dass man eben jetzt eine klare Zielsetzung für sich aufgestellt hat. Schalke will innerhalb der nächsten drei Jahre aufsteigen und nachhaltig, das heißt eben auch mit einem direkten Klassenerhalt. Wenn man eben das dann runterrechnet auf drei Jahre, heißt das, man hat jetzt eine mögliche Übergangssaisonzeit, um sich eben dann vernünftig aufstellen zu können. Will aber auch dann spätestens in zwei Jahren den Aufstieg schaffen. Und spannend ist ja ohnehin, dass Ben Manga dafür unseren Kader komplett verändern will. Der Fokus liegt auf jungen Spielern, aber die Watt hat eben auch berichtet, dass dieser Komplettumbau nach Mangas Vorstellungen länger dauern wird als eine Transferperiode. Also das wird schon auch ein bisschen Zeit brauchen, bis man diesen kompletten Kader verändern wird, sodass es eben auch dann zukunftsmäßig komplett passt. Und deswegen sollte man jetzt auch nicht denken, dass tatsächlich jeder Spieler, der Schalke verlassen soll, auch tatsächlich Schalke verlassen wird. Denn das sind natürlich erstmal grundsätzliche Planungen, dass 14, 15 Spieler gehen. Du weißt aber auch nicht, ob du bei jedem ein Kaufangebot, ein Leihangebot bekommst oder ob der Spieler selber Schalke verlassen will. Klar ist aber, und das weiß eben auch dann unser Verein, dass eben dann ein solcher großer Umbruchzeit braucht. Und diese Zeit will Schalke Ben Manga auch gewähren. Denn Ben Manga ist natürlich auch einer, der mit seinem Scouting-Team eine große Rolle in unserem Verein spielt, wo es eben auch dann darum geht, viele junge Spieler auch für unseren Verein zu gewinnen. Und genau das war ja auch nochmal die Aussage von Matthias Tillmann und Christiana Rühlhamers im Mitgliederbrief, wo ja auch klar gemacht wurde. Es gibt jetzt nicht mehr dieses konkrete Ziel, was wir in der kommenden Saison erreichen wollen. Wie gesagt, Aufstieg innerhalb von drei Jahren mit weiterem oder mit direkten Klassenhalt ist das klare Ziel. Aber jetzt auch nicht die klare Zielsetzung, dass man das schon in der kommenden Saison erreichen muss. Und da haben ja die beiden Folgendes auch nochmal generell zugeschrieben. Schalke soll wieder Fahrt aufnehmen, soll Begeisterung und Freude vermitteln. Zentral ist dabei die Kaderplanung. Das Gesicht der Profimannschaft wird sich stark verändern. Junge, hungrige Spieler, die Lust auf unseren Verein und Potenzial zur Entwicklung haben, sollen kommen. Wenn wir an dieser Stelle keine konkreten Versprechungen machen oder große Ziele für die neue Saison ausrufen. Vielmehr geht unser Blick über die kommende Spielzeit hinaus. Langfristig umfassen unsere Planungen alle Teams von der U17 bis zur Lizenzmannschaft. Es wird Geduld und Zeit brauchen, um die notwendigen Veränderungen umzusetzen und neue stabile Strukturen zu schaffen. Davon wird Schalke nachhaltig profitieren. Waren ja hier die Aussagen von Matthias Zellmann und Christian Rülhamers im Mitgliederbrief. Und so wird eben auch nochmal einhergehen damit, dass man eben Ben Manga auch diese Zeit geben will. Finde ich aber auch vollkommen richtig und logisch. Man sollte nicht die Erwartung haben, dass wir, wenn wir diesen Kader auch schon jetzt gut verändern können, mit vielen jungen Spielern auf Anhieb erfolgreich sein werden. Das sollte keiner erwarten. Das wäre auch schlichtweg falsch und die falsche Herangehensweise. Man hat eine klare Zielsetzung, Aufstieg plus Klassenerhalt in den nächsten drei Jahren. Das heißt, der Aufstieg soll innerhalb der nächsten beiden Saisons gelingen. Auch das ist eben damit klar formuliert. Aber Ben Manga hat eben auch ein bisschen Zeit bekommen, jetzt über mehrere Transferperioden den Kader nach seinen Vorstellungen umbauen zu können. Und jetzt interessiert mich abschließend rund um diese ganzen Veränderungen im Trainerteam, im Stuff, auch was beim Manga alles so vorhat, vor allem auch eure Meinung weiterhin zu Yusuf Kabadai. Glaubt ihr, dass Schalke ihn kauft? Fändet ihr es gut, wenn Schalke ihn kauft? Ich finde ja, wie gesagt, dass es für beide Seiten gute Argumente gibt und ich vertraue dann einfach mal da, dass unsere Verantwortlichen eine vernünftige Entscheidung treffen werden. Schreibt dazu, aber auch zu allen anderen Themen mal gerne eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. An alle Schalker.